Ich finde gerade den Punkt, den du jetzt nochmal gebracht hast, das ist mir auch kurz eingefallen bei der Einleitung des Themas, dass natürlich Unternehmenskultur, das wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, spielt da natürlich auch massiv rein, weil wir haben ja immer gesagt, ja, das Allerschönste wäre, wenn es quasi in der Teamkultur, in der Unternehmenskultur schon drin ist, dass alle mal ein Tagebuch schreiben und quasi dann reflektieren können über ihre Arbeitsprozesse. Und man nicht vielleicht dieses Tagebuch schreiben ersetzt durch wöchentliche Meetings, wo halt einfach nur Arbeits-To-Dos irgendwie aufgezählt werden. Das führt dann quasi zwar zu viel Interaktion, aber halt nicht zu Qualitätskommunikation, sondern dann wird Zeit weggenommen, dass man sich quasi seine Arbeitspakete gerade vorliest. Also da passiert quasi dann nichts in dieser Weiterentwicklungsgeschichte. Und das ist aber natürlich die Frage, wie immer, wie baut man das so richtig auf, dass es auf die Stufe kommt. Ja, weil, um vielleicht nochmal den anderen Punkt, den du gemeint hast, aufzugreifen. Diese, also Unternehmenskultur geht ja auch eben Hand in Hand mit so ein bisschen dem Führungsverständnis und auch diesen Needs, die halt die unterschiedlichen Mitarbeitenden haben. Und das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach zu formulieren oder zu definieren, was es alles gibt, dass man da irgendwie beachten muss. Weil, ja, du musst erstmal die einzelnen Personen kennenlernen, um herauszufinden, wie sie arbeiten. Dann musst du quasi auch irgendwie ein bisschen im Blick haben, dass sie sich selbst entwickeln können und dass sie auch die Prozesse im gesamten Unternehmen verstehen. Und dass sie sich selber ausdrücken können über ihre Probleme und die Arbeitsprozesse. Also ich finde das tatsächlich sehr, sehr komplette Geschichte, wie man das aufbaut. Vor allem, weil es da natürlich so tief runter geht und methodisch da so viele Sachen gibt.